Was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen, schnellen Escape from Tarkov-Video. Neues Wochenende, neues Event und ich erzähle euch gleich, worum es geht. L-State Games hat gemeint, sie müssen um 22.30 Uhr Samstagabend nochmal ein neues Event starten und das Ganze ist auch jetzt losgetreten worden. Es ist jetzt hier fast halb eins in der Nacht, während ich das Video hier aufnehme. Ich wollte es nur noch ganz schnell fertig machen, bevor ich ins Bett springe, damit der Stream nachher pünktlich anfängt. Und was ist los? Es geht um Lighthouse, Killer und Tagilla. Ich schalte mal ganz kurz auf meinen Bildschirm um. Wir sehen hier einen Brief, den Tagilla an seinen Bruder Killer geschrieben hat. Ihn erstmal ein bisschen damit flamet, dass er scheiße schießt und ihn darüber informiert, dass auf Lighthouse alle Ausgänge bis auf Path to Shoreline geschlossen sind. Ich blende euch hier mal auf der Karte ein, welcher Ausgang das ist. Außerdem informiert er ihn, dass der Lightkeeper nicht mehr da ist, dass der gerade quasi ausgeflogen ist und dass es für sie jetzt eine gute Gelegenheit wäre, auf der Karte mal bzw. aus seinem Stash mal ein bisschen was mitzunehmen, ihn zu beklauen. Das bedeutet aktuell in kurzer Zusammenfassung, dass wir eine hundertprozentige Spawnchance von Killer und Tagilla im Dorf auf Lighthouse haben. Ich blende euch kurz eine Karte ein, markiere euch, wo dieses Dorf ist, falls ihr es nicht kennt. Wer also jetzt gerade Tagilla und Killer farmen möchte, der hat hier die beste Möglichkeit, muss aber auf jeden Fall damit rechnen, dass er geexit campt wird. Denn wenn es nur einen Ausgang gibt, dann ist natürlich auch die Gier von manchen Faulpelzen groß, sich da einfach irgendwo auf die Lauer zu legen und abzufarmen, was überlebt hat. Wenn denn überhaupt was überlebt, das könnte eine ordentliche Shitshow werden, kann ich mir vorstellen, wenn sich alle Spieler da im Dorf treffen. Bei Killer würde ich ein kleines bisschen aufpassen, einfach weil hier jetzt der Hinweis ist, du schießt scheiße, übe mal ein bisschen, trainier mal an leeren Dosen, das ist so die Übersetzung. Möglicherweise ist Killer ein bisschen besser unterwegs, kann ich noch nicht bestätigen, aber vielleicht trifft er tatsächlich noch besser, als er es eh schon tut und das wäre ein bisschen schlecht. Vielleicht könnt ihr euch, es gibt ja drumherum so ein paar Bergefelsen, auch ein kleines bisschen mit einer Snipe auf die Lauer legen und die wegmachen und da dann auch vielleicht jemanden abfarmen, der an die Beute ran möchte. Sagen wir es mal so. Jetzt gab es noch ganz viele andere verrückte Geschichten, Gerüchte von wegen, die Raider wären jetzt gerade auf Interchange, kann ich nicht bestätigen, habe ich ausprobiert, ist aktuell nicht der Fall. Dann gab es Leute, die gemeint haben, hier steht ja der Lightkeeper ist weg, mit seinem Guard, mit dem Sniper, der da auf einen schießt, wenn man an einen Leuchtturm ran will, dass man da eventuell jetzt rankommt. Das ist auch nicht der Fall, habe ich auch ausprobiert. Bis weiterhin, sobald man dem Leuchtturm zu nahe kommt, wird man besnipet. Dann gibt es Leute, die haben geschrieben, die Rogues sind jetzt aktuell böse auf Yusex und lassen die Bears näher ran. Auch das kann ich nicht bestätigen. Alles zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht waren die Server, auf denen ich war, noch nicht voll, wie soll man sagen, voll geupdatet. Das kann sein. Und ansonsten war noch irgendwas. Ich glaube nicht. Also es war so im Prinzip alles. Es gibt jetzt eine hundertprozentige Sponjus von Killer und Tagilla auf Lighthouse im Dorf. Bereitet euch auf eine Shitshow vor. Könnte aber auch lustig werden, wenn ihr einfach nur fettes PvP sucht. und ein paar Chats wegfarmen wollt. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, viel Spaß bei der ganzen Angelegenheit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr nachher im Stream vorbeischauen wollt, würde mich freuen. Ich weiß nicht, ob ich auf Lighthouse vorbeischauen werde, aber wir werden auf jeden Fall was finden, was unterhaltsam ist. Dann wunderschöne gute Nacht. Oder wenn ihr das gerade schaut, lasst euch den Kaffee schmecken. Wenn ihr gerade erst aufgewacht seid, denkt dran, ihr seid die geilsten. Haut da rein. Und tschüss. .